Das Haus Nummer 5 in der Kepplerstrasse in Regensburg, unweit der steinernen Brücke. Ein denkmalgeschütztes Gebäude wie so viele in Regensburg. Und dennoch ist es etwas Außergewöhnliches. Nicht nur, dass in diesen Mauern der berühmte Astronom Johannes Keppler wohnte und starb, dieses Haus verrät auch viel über das Bauen, Leben und Wohnen im Mittelalter am Übergang zur frühen Neuzeit. So zeigt bereits ein Blick auf die Rückseite, dass das Gesamtgebäude, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, eigentlich deutlich breiter war. Dies ist auch an der Vorderseite erkennbar. Es war ursprünglich eine mittelalterliche Hausburg, inklusive Turm. Erst im Jahr 1596 wurde das Haus geteilt und zur Hälfte verkauft. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Reichtum der Regensburger Bürgerschaft geschwunden war. So bildet heute nur der schmalere Teil das Kepplerhaus. Die schmale Rückseite des Kepplerhauses selbst verweist mit ihren ganz unterschiedlichen Fenstern auf dessen interessante Baugeschichte. So findet sich im zweiten Stock ein neueres, gotisches Spitzbogenfenster, während ein älteres, romanisches Rundbogenfenster auf Höhe des Dachbodens eingebaut ist. Ein Hausbau beginnt aber immer unten, genauer gesagt im Boden. Wie viele andere mittelalterliche Häuser hat auch das Kepplerhaus einen großen Keller mit mehreren Gewölben, der für die Lagerung verschiedenster Dinge und Gegenstände genutzt wurde. Darüber befinden sich im Erdgeschoss und im ersten und zweiten Obergeschoss die verschiedenen Arbeits-, Wohn-, Schlaf- und auch Repräsentationsräume. An den zugemauerten Durchgängen im ersten und zweiten Stock erkennt man heute noch im Innenraum, dass dieses Gebäude früher deutlich grösser war. Der abgesägte Balken an der offensichtlich nachträglich eingebauten Treppe zum zweiten Stock ist ein weiteres Indiz dafür. Während es später an der Seite kleiner wurde, ist das Haus aber bereits 1540 nach vorne gewachsen, denn durch die Verlegung des Fischmarkts konnte das Kepplerhaus in Richtung Strasse erweitert werden. An den Steinstufen und dem großzügigen Eingangsbereich im Inneren ist dies ebenso erkennbar wie außen an der Jahreszahl 1540 in der Durchfahrt. Dieses Vorrücken der Außenfassade lässt sich übrigens auch bei den Nachbarhäusern beobachten. Hier wurde die Möglichkeit zur Wohnraumvergrößerung ebenso genutzt.